Januar 2022, Johannes 1, Vers 39 Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Kaum eine Stelle der Schrift zeigt so eindrücklich die Natur unseres Herrn und kaum drastischer lässt sich der Plan Gottes in der Inkarnation unseres Retters darstellen, als es der Apostel Johannes in seinem Bericht tut. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hierin ist die Herrlichkeit des Sohnes nicht singulär, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und er ist es, von dem Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, wandelte nun auf der Erde und wurde bezeugt von diesen Zeugen. Erstens, dem Geist Gottes. Denn Matthäus schreibt in seinem Bericht, Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Zweitens, dem Vater, denn es heißt weiter, Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Drittens, dem Täufer, der sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, Der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Und siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. An anderer Stelle gibt unser Herr Zeugnis über ihn. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. So ist also der Täufer selbst einer der Propheten, die so viele geredet haben, von diesen Tagen verkündet haben. Es ist durch diese klaren Zeugen, nicht durch Wahn oder Versehen, dass zwei Jünger des Täufers zu ihm kommen und den Herrn der Herrlichkeit fragen, Rabbi, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Gott Mensch geworden, der Heilige, aus welchem und durch welchen und zu welchen hin alle Dinge sind, lädt sündige Menschen ein, mit ihm zu leben, mit ihm zu wohnen und ihn zu kennen. So ist er der wahre Immanuel, das ist mit uns Gott. Nicht getrennt von seiner Schöpfung abseits wie ein entfernter Richter, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darüber schreibt auch Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und diesen Glauben an das Wunder der Inkarnation bekennen wir mit den 150. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein.